Das ist so assi, es war nur noch eins der Weiber, und die Tore sind so nah aneinander, das ist so unfair. Einmal blanke Münze, einmal verstandertes Eichenholz, und einmal Tiramisu. Und nur misslungen nach Fähigkeitscheck. Schau mal, keine Zwillinge, und schon mal kein Demo. Hm. Vor einem Video, äh, das Vordervideo von gestern, hab ich jetzt, es lädt gerade hoch. Gestern, gestern, ist doch gar nichts Gutes passiert. Doch, genau, wenn man einen Sieg holt. Stimmt. Aber nur ein Sieg, mehr nicht. Also, kein epischen Sieg. Ne? Kein epischen, epischen. Kein epischen, epischen, genau. Ich hab das davor genommen, wo wir zu dritt gespielt haben, und dann zu viert, wo wir den Sieg holt haben. Ja. Als ich dann das Zug kam, haben wir ihn weggewonnen. Mhm, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier map. Oh. Ich bin mitten in der Mitte gespawnt. Schungel, Alter, Toba. Ich bin hier irgendwo gespawnt in dem freiesten Freien der Welt. Oder man sieht mich überall. Hm, mein Lieblingsmap. Dein Schrankkiller. Stimmt ein Stealth. Todeschlipper. 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 Auf der freien Map. Oh Gott. Wer hat gewonnen, der Typ? Der hat gewonnen, der hat gewonnen. Der hat gewonnen, der hat gewonnen. Der hat gewonnen, der hat gewonnen. Der schießt doch nicht irgendjemanden an. Ja, die Cheryl. Ja, immer noch die Cheryl. Aber die macht das nicht schlecht. Ich bin hier im Schrank bei denen. Die rennen hier rum. Oh, Junge. Schlippi. Er hat sie erwischt. Wir hätten da so geschrien. Das hat sich nach einer männlichen Stimme angehört. Das hat sich nach einer männlichen Stimme angehört. LOL. Jetzt jagt er dir hinterher. Ja. Das ist so ein Ding. Er hat er geschossen. Oh mein Gott. Ey, das ist doch lächerlich. Heil dich, heil dich. Ich geh in eine Palette rein. Ich bin drin. Geh ein Stück zurück. Hält mich auf. Hello. Äh? Loll. Ach komm, ey. Das ist doch nicht wahr so was. Das ist doch voll getroffen. Er hat den Nikolas gesehen. Was ist das denn? Es ist das, was nicht treffen darf. Aber das was treffen sollte, trifft nicht. Hier, ich gerade. Ich war hinter so einem Ding. Was machst du, Alter? Oh, der trifft mich hier durch, Alter. Ey, die Characke hat sich selber gehalten. So, die hat sich den Bock mit, dass man nach dem Haken gebrochen ist und dann... was ist das? Guck mal, wo ich jetzt gerade stehe. Hier stand ich. Als der mich getroffen hat. Ja, ha, 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 ha. Nee, nee. Das kannst du machen. Aber ich muss mal sagen, die Kasten leer machen. Stopp, 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 stopp. Schnappi kommt 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 Er hat irgendjemand da was gesehen. Der Nikolas hat sich selbst hingelegt glaube ich. Ach jo! Ich habe keinen Schrei gehört. Ich auch nicht, er hat sich hingelegt. Ja viele haben den Perkman, weil der auch gar nicht schlecht ist. Es ist ja so, du kannst dich selber hinlegen, du machst keine Geräusche, keine Blutwitzen, nichts. Und kann er wieder aufstehen? Ja und kannst dich halt selber vollheilen und du bist dann auch nicht mehr verletzt, sondern komplett. Also er kann jetzt aufstehen und dann ist er voll gehalten. Wieso macht man das? Der Killer sieht doch, dass da jemand auf dem Boden liegt. Nein, der gibt keine Nachricht, gar nichts. Und wie soll der das sehen? Der stellt sich in irgendeine Ecke der Map und macht das da. Der Killer hört einen nicht und der äh, außer er pierst. Das ist halt ehrenlos. Das ist aber... Mein Sunnykästen ist nicht leer gegangen. Das ist gut eigentlich, Herr Perk. Sehr gut sogar. Ne, ne, Nikolas werde ich mir auch angeschnochen holen. Und die älter. Mhm. Ja, das ist oben auf dem Schiss. Naja, ich bin grad'n Weg dauerachiert. Ich weiß nicht, ob wir den machen dürfen, oder? Wir haben hier auf der Seite, auf der Seite zwei gemacht. Dann auf der Seite gleich noch zwei, dann müsste es eigentlich gehen. Da hinten an der Check müsste noch einmal sein. Glaub' ich. Ja, hier haben wir zwei gemacht. Wir müssen ja auf jeden Fall auf diese Seite einmachen. Hier müssen bestimmt zwei nebeneinander sein. Und da hinten ist einer hier. Und da hinten. Ja, dann müssen wir den hier auf jeden Fall machen. Da müsste jetzt hier, wenn wir den fertig machen, hier müssen noch zwei sein und auf der anderen Seite einer. Ja, kann sein. Ja, ja, müsste. Ich weiß sogar, glaub ich, wo. In der Ecke. Schlüppi. Was ist denn weggegangen? Der hat doch Puls. Ich auch, aber der jagt den. Ja, jetzt kommt der Nikolas hier hin. Äh, weitermachen. Ohne. Meine Fresse. Nikolaus. Was macht der denn? Ich weiß nicht, dass der Puls sich mal. Und... fertig. Jetzt müssen wir noch irgendeiner auf der anderen Seite sein. Ich meine Rechnungen müsste hier, genau. Hier ist noch einer. Ja, ja. Aber sind trotzdem fast zwei nebeneinander. dahinter ja gut zwei sind eigentlich immer einer ist noch auf der anderen seite waren in der ecke na ja da könnten sich zum beispiel anderen bein hinten dran sitzen ja auch die chelw hat den jen fast fertig ja genau holte mich ein ach komm er schießt durch alles durch ich konnte jetzt halt nie in die checken ach so weil ich da durch vierte gesprungen bin ja ich hätte mich eh bekommen ja genau mach mal das tor auf randy ja das wird dumm ich hoffe jetzt auch noch ab der hat irgendwen gesehen Nikolas der zielt hier der camp nicht da jetzt ja so lange ist dein Teil auch wieder nicht immer mein Freund camp nicht ich weiß auch nicht wo das tor geöffnet ist ne ich glaube ich weiß ich weiß nicht wo das tor ist keine ahnung ich glaube nicht jetzt ich weiß nicht ganz genau aber hier wo wir jetzt wo wir den vorletzten Gin gemacht haben nicht der jetzt hier sondern der davor auf der seite müssen ja 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 ich hab ihn ich hab ihn hier denn randy hau ab ich bin tot oh Gott schade ich tue aber echt nicht so gut ne überhaupt nicht und abgesehen dass halt durch Sachen fließen konnte aber naja warte nicht Trophäe außerirdisch ach so wegen dem Planeten da habe ich die Ereignisse in der Mitte gemacht dann kriegst du so eine Medaille oder ein Trophäe dann kriegst du so eine Medaille oder ein Trophäe ja 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 bleib ich steig ich steig nicht so gut ich steige ich steige HMM. 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 weiter rauchen die klamotten von euch sind welche die socken die ansonsten hätte gar nichts mehr habe ich ja schon gegeben alles sind sogar schon trocken unterliegen ein paar socken bei mir auf dem bett da die socken mal hier ja das aber was ich gerade mache ich habe ich jetzt ich habe schon blanke münze hatte nur eine aber da jetzt sind dann die kasten dabei habe ist das egal oder bräuch keine blanke münze und auch kein spinn der spieler wird auch nicht mehr mitgenommen also Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist wahrscheinlich der schlechteste aus der Lobby. Das ist Twitch, ne? Ja, ja. Aber TTV heißt doch nicht immer Twitch, oder? Twitch-TV heißt das. Ah, Twitch-TV. Ach so. Ach so. Ach so. Scheiße, mein Tablet ist leer. Hm. Das ist mal Ladekabel davon. Das ist Köln. Das ist geklaut. Ich lege mal sein. Ich stelle damit auf. Ach so. TTV. Warte, erstes gewinnt. Schocken. Warte, ich mach nicht. Ich werd ihm die Folgen. Ich will nur gucken, ob der deutsch ist. Er muss auch nicht jede Art Folgen. Ne, mach ich auch nicht. Aber ich guck auch immer, wenn ich Kinder bin, auf die Namen. Wenn ich so mal gucken will. Ich find's immer voll cool, wenn die streamen dann und ich bin da drin. Naja. Gesiegelter Umschlag. Tora Misu. Rabenkranzen. Ich hab die braune Kacke genommen. Ich muss meinen Kopf wechseln. Von meiner E-Cigarette. Ach so. Ja, das schmeckt schon ein bisschen verbrannt. Ich dachte von Nikolas. Nee. Der sieht cool aus. Ja, das geht auch. Hab ich schon den Kopf gekauft. Tico. Hallo. Wenn ich dran zieht, so lange dran zieht, dann schmeckt das verbrannt, weißt du? Okay. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kopf durchgebrannt ist. Du musst den meinen kaufen noch mal wie. Nee, nee. Ich hab nur welche hier in der Schublade. Ich hab glaube ich sogar noch drei Stück. Ja, die halten ja lange so. Ich sag mal so, so fünf, sechs Wochen kannst du, kannst du in einem Kopf fünf, sechs Wochen. Ja. Ja. Wie viel du dampfst. Hm. Ich würde gerne gerade mein Ladekabel finden. Von meinem Tablet. Ja, bestimmt der, der Colin, so wie du schon gesagt hast, bestimmt. Ja, aber ich hätte gerne gucken, ob ich bei dem im Steam bin. Dann, was mit's wieder. Ja, dann bin ich ja auch drin. Ja, dann bin ich ja auch drin. Ja, dann bin ich ja auch drin. Ich würde es nicht machen. Warum nicht? Oh Gott. Also erstmal finde ich dein Name ist doch einfach mal cool. Ich mag deinen Nights. Ich würde mich Gaming Michael nennen. Also abkürzeln. Ja, ich gebe mich ja EBO. Ja, ja, genau. Gebe mich ja EBO. Das ist Freddy. Oh ja. Und Korrupter, ne? Okay. Wenn man Korrupter hat, kann man schon ahnen, wo der gespawnt ist. Oh, der YouTuber, äh, Twitter wird gejagt. Oh Gott. Geh mal weg. Ich mach den in der Straße hinten. Das ist nicht, dass es nicht die Musik von Freddy, oder? Nein. Doch. Lalalalalalalala. Wenn du im Traum bist. Ja, ich weiß. Es scheint gut zu sein. Ich hab nichts gesagt. Das heißt nichts. Oh. 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 Im ersten Seil dann durch. Rai. Wie wo sei? an der Straße und jetzt was durch sind ihnen zwei Punkte abstauben warte mal und ziemlich aufwecken wo geht sogar schnell du selbst nicht im Traum ist du glaubst nee Boah, der Hilde lag aber jetzt schnell. Nein, lass mich doch mal los. Du Horst, alter. Das ist ein Hacker. Das ist definitiv ein Hacker. Wieso? Weil der wusste, dass ich da im Bus bin, was unmöglich ist. War ich günig? Müsste nicht möglich gewesen. Ich war nicht weit weg. Was ein Cheater. Kann gar nicht sein, wenn ich da gehört habe, äh, gesehen hat. Das Jack-O-Made-Barbecue habe ich 40 mal dran. Sondern der direkt neben dem, äh, Dings. Neben dem Hacker quasi. Ich kann da rennen woanders hin. Das ist doch ein Assi, Alter. Ja, wirklich. Kommt zurück und ich klasch die Räder umgelegt. Ich will auch mal heilen, ey. Stopp, der hat Ruf einer Krankenschutz, dann, ne? Der hat auf jeden Fall Barbecue. Da ist er. Der will nicht Fenster campen. Der rennt ja schon wieder hin. Was ist ein Assi? Der, der, der kommt zurück. Ja, der kommt zurück. Was ein Buschpenner, Alter, ehrlich. Er tunnelt jetzt? Nee, ne? Doch. Das ist nicht sein Ernst jetzt. Herr, du Witzer, Alter. Wo bist du? Ich hab mich auch erst mal aufgeweckt. Ich bin... Achso, wir müssen auf der anderen Seite Jensen machen. Weil hier sind... Ah, im Haus auch noch einer. Nee, den müssen wir machen hier. Oh, damit ist das Bond. Ich bin neben dem Haus. Ja. Weil im Haus mit Sicherheit auch noch einer oben. Achso. Wo ist er jetzt hin? Er ist bei mir. Äh, das ist doch... Du musst auch mal weg. Oh, wie schmeckt die Palette, du Wichser? Du musst auch mal weg, auch nicht jedes Mal in einem Büschel hocken. Hm? Du musst auch mal wegrennen und nicht immer... Ich bin weggegangen. Achso, weil du warst nur kurz um Ecke von dem Generator gewesen, als ich gesehen. Okay, hab ich verloren. Ja, die Rebecca Endeck, wo war die denn? Hat die sich hingelegt? Die hat sich hingelegt, oder? Kann sein. Ich glaube, ja. Die heilt sich nämlich gerade. Ah, jetzt schmiert die Fänge bei mir ab, ey. Und was soll denn sowas? Ja, sie hat sich... Naja. Ach komm, über die Palette ist doch... Ah! Mann, ey. Ich schmiert es auch bei der Fänge ab. Soll denn sowas? Ich bin am Abschmieren, ey. Gar nicht, so alt, ey. Mann. Woll denn sowas? Ich würde mich gleich gerne sterben, was? In den Fall ist es. Geht's doch um der Affe. Christig Finger, da macht Platz! Tssst! Oh! So ein Gel muss auf jeden Fall da drüben gemacht werden, ne? Ah, Pech gehabt, Feng ist totes. Die... Nein, Feng. Die Feng hat sich vor meinen Schrank gelegt, damit der vielleicht... Ja, dann geht er raus. Damit der vielleicht meinen Schrank öffnet. Was findet er da? Ne, damit der vielleicht meinen Schrank öffnet, wenn der die aufheben will. Ne, die lass ich jetzt hängen, ne? Feng. Ne, also lass ihn nicht hängen, also... Ah, du hast gejagt. Das muss unbedingt ein Generator auf der Seite gemacht werden. Ich hab diese Jeezer-Kraumhaken. Hey, das muss einer gemacht werden. Das ist ein Antimede. 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 Was? Was ist der Antimede denn? ...hä? wieso springt der nicht durch fenster willst du mich verarschen der hang am fenster fest wieso wird denn kein gen gemacht auf der anderen seite kann doch nicht sein jetzt vordet er sich hier hin der Affe Boah, die Kiste im Keller ist schon geleert worden. Ich bin im Schrank, aber ich bin verletzt. Puh, ich bin verletzt. Wer weiß, woher mich aufhängt, wie ein kaputter Haken ist. Komm, 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 gön, 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 gön. Scheiße ey. 99. Schade. Ich weiß nicht, dass ich irgendein Tag mit einem schneller runterwickeln kann, ey. Aufsache bei einem Killergebiet Pussycress, Erregung, irremut. Erregung, 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 erregung. Erregung, 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 erregung. Erregung, 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 erregung Look, whatever I did, I'm sorry. I-I-I really... Ow! Schön, dass du auch gefühlt einmal quer über die ganze Map gegangen bist oder nicht Lüge gefunden hast. Nope. Einfach nur lächerlich. Mir ist ja egal, ich habe meine Quest geschafft. Das ist mir egal, ob ich überlebe, ob ich überlebe oder sonst was. Die Beste kommt zum Schluss. Grupp Intervention, Fix Minus und Pass. Wie engert die Öffnungszeit der Ausgangsdur? Alter, wie unfair! Was denn einfach? Die fängt Nelde ich erst mal. Wirklich? Stimme vor der Hacke jetzt aus Versehen in meinen Schrank guckt, als er die aufheben wollte. Hm. Ich glaube nicht, dass die dachte, dass ich Frontal habe. Nee, glaube ich auch nicht. Weil die hat sich ja genau vor meinen Schrank gestellt. Kann sich ja ein bisschen weiter. Weg hin. Och, was ist denn das wieder für eine scheiß Aufgabe, Alter? Verstecke ich dich insgesamt 120 Sekunden innerhalb des Terrorradius des Killers. Das macht man so. Hä? Das macht man so. Aber schließe das in einer Runde ab, ne? Ja. Was denkst du denn? Was ist das denn? Ja. Verstecke dich insgesamt 120 Sekunden innerhalb des Terrorradius. Oh, das steht aber nicht. Da steht aber nicht, dass du nicht erwischt werden darfst. Versteht da nicht. Aber Verstecke heißt ja meistens nicht erwischen, ne? Ja, natürlich Verstecke. So, und das 120 Sekunden lang. Das heißt, du darfst den Killer die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja, und jetzt darf ich nicht jagen. Genau. Am besten im Schrank einfach. Das mach ich erstmal. Äh, ja, genau. Immer in der Nähe vom Killer im Schrank gehen. Immer hinterherlaufen, dann im Schrank gehen. Verstecke dich hier. Ich mach aber erstmal, entkomme zwei Jagden, hab ich jetzt erstmal genommen. Dann gibt's noch ein blaues. Das kann ich auch noch machen. Ja. Ich hab immer noch das mit dem... Ja, ja. Ja, mit dem Koffer. Dann die Kasten. Ja, einen muss ich noch. Einen musst du noch? Ja. Okay. Ich muss sogar die Mülltüte runterbringen, ey. Die MIEFT! Die MIEFT! Die MIEFT! Die MIEFT! Die MIEFT! MIEFT! Die MIEFT! MIEFT! so jetzt gleich noch einmal an wochenende ich habe ich habe irgendwie das komische gefühl dass ich nächste woche ohne komplett arbeiten muss habe ich das gefühl weiß ich aber nicht nicht dass jetzt schlimm wäre aber dann habe ich dann habe ich schon mal ein paar stunden intus für nächsten monat was ich zugehört ich habe das gefühl dass ich nächste woche auch noch arbeiten muss die ganze woche habe ich das gefühl ja schlimm wird ja aber schlimm wäre es nicht aber ich will schon mal ein paar stunden intus nächsten monat das schon bereich gedrückt war nicht für dich gemacht ja aber ich muss auch die kohle denkt ja nicht 62 und 62 sind die beiden einmal die breite antilope und bei das antilope im sommer outfit ja aber ich meine schlecht wäre es nicht wir haben schon ein paar stunden ich möchte auch nicht aber in der frühzeit ist es ja auch nicht so schlimm ja ja aber ja aber trotzdem wer weiß ob ich dann diesmal noch was kriege das ist das problem hast du das habe ich ein paar stunden gemacht aber obwohl die ja doch die tour ist eigentlich nicht für 520 euro kraft nicht machen weil sie hat er ganz schnell die stunden fertig weißt du brauche ich nur was ich acht tage arbeiten und ich bin und ich bin durch mit meinen stunden und uns bewahren sie halt immer für verletzte für krankheitsfälle für urlaubsfälle ja dass man den gender nehmen die beieinander sind die beiden gens hier den hier ja guck mal da direkt links also rechts rechts von dir jetzt ja der kommt doch jetzt herren doch nicht mal weg da kommt doch keiner ja doch guck mal da ja stimmt guck mal rechts von dir da ist noch ein generator rechts von dir da 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 stimmt alter ja direkt wie man andere man kann es hier easy fliegen ich habe mich auszusehen gedrückt oder kommt jo wie hat er mich denn getroffen lächerlich richtig du brauchst ich kann die kostenaufgaben ist ja nicht Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 ich habe meine zwei flüchtlings aufgaben geschafft ich musste fast alle paletten jetzt habe ich keine chance er war immer hinter mir gewesen ich musste etwas machen ach man ey was soll denn so war es oder heile ich mich gerade dann kommt der schwein loser fähigkeits guckst du blöd um die jetzt ne was denn nun das hätte fast viele generatoren aufgehalten oder ja doch drei stück und drei stück anderen hälfte ja ist der dumm also das ist ein ganzes spiel verkackt und der ist jetzt auch durch geht mir geht zum tor da der ist gehalten allerdings da vorne ist wendel da vorne ja die wendel immer noch jetzt gleich sehen doch tor ist auf 99 spalke ist voll bleibt da stehen oder ja ich weiß nicht ob er jetzt ja den anderen rendel wird ja an den verletzten losgelassen oder kommen ja weil ich schütze über mein leben als wenn das leben auch gut er hat seine fischgeld verloren ach rey der war echt mal dumm was ein opfer guck mal kurz vor türen die es jetzt reichen ja mach doch drauf scheiße einer von denen schafft das nicht mehr ne doch der lief hat verkackt weil er seine fähigkeit genutzt hat hätte er seine fähigkeit nicht genutzt warte mal ich habe ein minuspip gemacht ja weil du nichts gemacht hast großartig ich habe silber hilfsbereit ja silber und gold ich hätte plus minus null gemacht ich habe ich habe silber gold silber äh und schillernd wie dumm ist das denn ja du hast nichts gemacht großartig ich habe was gemacht am anfang haben wir den jenber ja ja zu wenig auf jeden fall um pip zu kriegen oder plus minus null zu bekommen ja